was munkelt es muss ja was geben wenn es was munkelt ja so wie soll ich anfangen ja wie kann man anfangen also ich weiß nicht wie ich anfangen soll das was dir auf dem herzen liegt du hast freunde ja nicht wirklich gut versteht und ich habe freunde mit denen du dich nicht gut verstehst ich habe eine frage ja die freunde die ich habe ja mit dem du dich nicht verstehst ja hat dir einer von denen unrecht getan der war stark da muss ich ehrlich sagen muss ich ehrlich sagen der war stark ich komme zu anbord ich komme zu anbord ich komme zu anbord also die freunde mit denen ich mich nicht verstehe die mit dir sind aber mir persönlich nichts angetan aber die am streit mit freunden mit denen ich gut bin ok aber ich gebe den guten ratschlag von meiner seite aus wenn zwei diese streiten dann besser nicht ein bisschen weil wenn die sich am ende vertragen bis zu der idiot ja aber leider habe ich mich öfter eingemischung deswegen jetzt jetzt bleibe ich neutral und so weißt du was die andere machen noch eine frage ja kannst du ja das ist ja jeden hatte gerne